Gamescom 2018 – Spielneuheiten auf der Unterhaltungsmesse Als weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltung strömen jährlich über 355.000 Videospielfans auf die Kölner Gamescom. Marken wie EA, Nintendo oder Blizzard stellen dort ihre Game-Neuheiten vor. Highlights der Messe sind der neueste Teil von Assassin's Creed Odyssey, das Cosplay-Event rund um den siebten Teil Battle for Azeroth aus World of Warcraft, sowie das neue FIFA 19. Übrigens, am ESL-Vodafone-Stand kannst du selbst zum Gamepad oder zur Maus greifen und deine Spielweise analysieren lassen. Dein Gameplay-Video inklusive Eye-Tracking-Overlay kannst du dann mit denen der Pro-Gamer vergleichen. Alles über die Gamescom kannst du auf featured.de nachlesen. Elektro-Couture – smarte Mode im Internet of Things High-Tech-Couture erobert die Catwalks der Welt. Mit digitaler Technologie in der Kleidung werden deine Outfits smart. Jacken, die deinen Rücken stärken oder Schals, die dich massieren, sind da nur der Anfang. Das Berliner Label Elektro-Couture hat nämlich jetzt ein leuchtendes Kleid entwickelt. Damit stehst du auf Knopfdruck im Rampenlicht, denn die eingenähten Leuchtdioden lassen sich per App aktivieren. Trotz Elektronik ist das Kleid waschmaschinenfest und somit vielleicht alltagstauglich. Mehr zu smarter Mode erfährst du auf featured.de. Emoji-Scavenger-Hunt – Schnitzeljagd in der Augmented Reality Mit Emojis umschreibst du Zustände in jeder Lebenslage und stellst jeden erdenklichen Alltagsgegenstand in Bilderform dar. Genau da setzt das neue Browser-Game Emoji-Scavenger-Hunt von Google an. Mit deinem Smartphone oder Tablet gehst du nämlich auf virtuelle Emoji-Suche. Das Spiel gibt dir ein Emoji vor, das du in deiner Umgebung suchen und fotografieren musst. Dabei lernst du, was Googles künstliche Intelligenz alles drauf hat. Denn diese erkennt, ob du den richtigen Gegenstand gefunden hast, vergibt dementsprechend Punkte und lernt so immer weiter. Du willst noch mehr über die virtuelle Schnitzeljagd erfahren? Dann bist du auf featured.de genau richtig.